Willkommen von der MOBA Welcome 2015, wo wir bei Lenovo sind mit dem A7000, das zu den Geräten gehört, die man World's First nennen kann. Heißt, das hat eine Funktion drin, die noch keine andere hat und zwar Dolby Atmos Sound mit Kopfhörern können wir hier drüber hören. Dolby Atmos kennt man aus ein paar Kinos schon in Deutschland, gibt noch nicht allzu viele. Heißt aber, dass wir aus noch mehr verschiedenen Positionen, Ecken und so Musik hören, beziehungsweise auch Geräusche hören bei coolen Filmen wie zum Beispiel Herr der Ringe oder dem Hobbit. Wir sehen könnt, das Ganze gerade fully charged und auch mit einer Lollipop Oberfläche, beziehungsweise teilweise Oberfläche, denn eigentlich nur das Menü hier oben ist Lollipop, denn wir haben hier die Wide UI installiert von Lenovo bei dem A7000 integriert. Also im Lollipop läuft im Hintergrund Android 5.02, also das Neueste, was Google hier liefert, auch bei dem A7000, obwohl das zu den günstigen Smartphones gehört, die bald auf den Markt kommen. Wir haben hier Dual-SIM drin, LTE, 8 Kerne von Mediatek mit je 150 GHz und 8 Megapixel-Kamera hinten, beziehungsweise sogar eine 5 Megapixel-Kamera vorne, die allerdings einen fixen Fokus hat. Hinten hat sie Autofokus und so ein Dual-Flash, wie ihr hier sehen könnt. Es handelt sich um die weiße Version, die noch so einen kleinen Lautsprecher hinten eingebaut hat, das Lenovo-Logo. Das gibt es aber auch in schwarz, das schaut dann ungefähr so aus, aber vorne ist das hier zum Beispiel auch komplett schwarz. Nicht da zu spannend, das ist ja hier auch schwarz, sondern man kann die Rückseite austauschen und jede beliebe Farbe sich dann dazu kauft, wie man möchte. Seitlich-An- und Ausschalter, Lautstückregler, Mikrofon, diese Seite nichts, Micro-USB und Kopfhöreranschluss, also nicht allzu viel Anschluss, wie man hier die Rückseite abmacht. Mit zwei SIM-Karten, der Micro-SIM-Größe und Micro-SD, damit man den internen 8 GB Speicher weitern kann, aber nur mit maximal 200 GB und 2 GB RAM sind auch hier nur verbaut. Aber 2.900 mAh-Akku auch noch drin, also schön viel für 5,5 Zoll, allerdings nur eine HD-Auflösung, hier das Display. So, ihr seht meine Frontkamera, bei der ich hier noch meine Kamera auch im Bild habe, also der Weitwinkel ist ganz okay, die Geschwindigkeit nur kann noch ein bisschen schneller sein, aber 5 Megapixel ist auch relativ viel. Nehmen das Ganze mal um und dann sehen wir hier im Hintergrund natürlich viel Action am Lenovo-Stand. Ja, läuft aber schön schnell und wir können hier Full-HD-Videos dann auch noch drehen, nicht nur 8 Megapixel Bilder schießen, wenn wir so wollen. Genau, mehr will ich jetzt gar nicht groß zeigen bei diesem Lollipop-Smartphone, denn es ist doch kein finales Produkt, hängt sich hin und wieder auf, ist es noch nicht auf dem Markt und auch noch nicht anfällig, die Videos kosten mir, zumindest kenne ich den Preis noch nicht, aber es sieht immer ganz gut aus. Man kann auf jeden Fall damit leben und hier schöne Einstellungen damit machen und auch das im Alltag verwenden, wobei man sich der Vibe UI wahrscheinlich etwas bemühen muss, weil die ein bisschen Apple-like ist, ohne einen Bereich, wo man alle Programme sieht, denn die sind alle auf die Home-Skits erteilt, in Ordner oder wie ihr es auch immer anlegt und danach gibt es keine Suche mehr. Das war es auch schon für die Zuschauer-Tab mit dem A7000 von Lenovo, hier aus Barcelona von der MWC 2015.